hallo und willkommen bei RimWorld ja es geht gleich weiter wir waren hier mitten im bau unser neues lager hier ist unser neuer küchenbereich hier ist unser neuer kühlraum für rohe lebensmittel hier ist der neue kühlraum für fertiges also fertige mahlzeiten und hier ist der aufenthaltsraum ach herrje das ist schon da muss man ganz schön überlegen was man überhaupt bauen wollte aber es wird wir lassen das jetzt mal so laufen hier wollte ich jetzt schon mal ein lagergebiet einrichten das hier schon mal umgelagert wird können wir schon mal lagerzone erstellen so im moment können wir alles auswählen aus der nahrung keine leichen keine brocken keine rohstoffe genau alles was hergestellt ist waffen kleidung gegenstände genau das kann alles hier rein und priorität normal dann machen wir wollen jetzt das umlagern dann machen wir hier mal priorität niedrig dann müsste das jetzt schon umgelagert werden das habe ich hier aktiviert ja der plastal silber na gut das muss hier nicht her so das machen hier die elefanten die tun gleich mal umlagern das passt jetzt müssen wir hier nochmal ein stromkabel runterziehen das geht leider nicht anders müssen wir unter querborn gang so Ja, hier wird schon fleißig umgelagert. Ach, die Steine hier unten. Ne, die sollen erstmal die wegräumen hier. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So genau, wenn hier oben voll ist, geht es dann hier unten weiter. Ja, da können wir aber ruhig jetzt mal einen Holzfußboden reinbauen. Oder Stein. Ne, Stein habe ich auch genug, aber wir machen jetzt mal Holz. Holz gefällt mir. Kostet nur 200 Holz. Wir haben noch 12.000 davon. Das heißt, wir hauen jetzt hier überall Holzfußboden rein. So, ein verrücktes Tier. Ach, jetzt habe ich es nicht angeklickt, aber nochmal ein verrücktes Tier, was von außen kommt. Was ist denn das hier? Ach, das sind diese Herdentiere. Okay. Das wird normal von unseren Geschützen erschossen. So, jetzt müssen wir die erstmal ein bisschen arbeiten lassen. Das hier halbwegs Ordnung wird. Hier mache ich jetzt auch schon mal einen Lagerbereich. Zone, Gebiet. Moment, kurz überlegen. Ne, Moment, das muss ich nochmal abbrechen jetzt. Hier muss ich noch eine kleine Schleuse bauen. Hm. Ja, warum eine Schleuse? Das ist ja eine Kühlzelle. Wenn man jetzt bloß eine Tür hat und die steht ständig offen, kühlt der Raum aus. Jetzt könnte ich natürlich sagen, wenn die hier auch essen, geht durch die Küche, durch die Tür und durch die Tür. Das ist natürlich... Quatsch. Einsturz. Oha. Habe ich ja Glück gehabt, dass jetzt keiner hier gearbeitet hat. No. Oha. Gott. So, wie gesagt, die lassen wir erstmal arbeiten, dass mal wieder ein bisschen Ordnung reinkommt. Die räumen gerade das Lager aus hier, in der Zeit plane ich mir hier mal das, so, Moment hier habe ich jetzt Marmorblöcke, so, wie mache ich denn das am besten? Ich mache hier eine Tür, dort gleich hier oben, wenn sie kommen, können sie rüber. Ja, das gibt einen ganz schönen Stau, die 18 Leute durch wollen, aber das muss ich jetzt mal testen. Ich denke mal... So, wir können hier noch eine Tür bauen, können die lang gehen, wie sie lustig sind. So, jetzt kommt wieder ein Händler, ich habe jetzt mal Pause gedrückt, jetzt geht mir das alles ein bisschen zu schnell momentan. So, pass auf, wir machen mal hier eine Doppeltür. So, dann machen wir noch nach hier unten eine Tür. Dann könnt ihr hier rein, können hier rüber, können hier runter oder können hier lang. Wie die das gern möchten. Ach, ein Handelsschiff, okay. Hier kommt von der Sky zum Einsatz. Und der wird jetzt mal das Handelsschiff kontaktieren. Moment, Problem, Problem, wir haben kein Funkfeuer. Wir müssen das jetzt hier abbauen. Sky, du wartest mal eben. Genau, du tust mal kurz reinigen. Wir müssen mal fix noch ein neues Funkfeuer bauen. Na, Sky, da kommt er. Der baut jetzt erstmal den Dreckklumpen ab, da. Machen wir hier ein neues Funkfeuer. Das kann er auch gleich bauen. Wird bereits von Martinez benutzt, alles klar. So, Lagerzone, dann können wir die mal hier... Ich wollte die eigentlich erweitern, löschen. Tja, warum die Lagerzone jetzt hier nicht funktioniert. Ja, gut. Kümmern wir uns später drum. So, wo bleibt Martinez? Oh, hier werden schon Kartoffeln gelagert. Ein großes Fragment eines ohralten Schiffes ist in die Nähe eingeschlagen. Zum Ort springen. Oha. Mitten in unsere Kolonie. Na, das wird mal lustig. Das wird mal lustig. Und ich glaube, da sind bestimmt diese Schnitter drin. Also... Diese feindlichen Angreifer. Okay. Aber bevor wir jetzt hier total durcheinander kommen... Ich wollte jetzt hier noch eine... Temperatur... Eine Kühlung einbauen. Denn hier wird bereits... Gelagert. Warme Luft kommt hier in den Gang. Das geht nicht anders. Und hier gleich... Ne, hier brauchen wir noch keine Kühlung. Das machen wir später. So, Funkfeuer ohne Strom. Ja... Ein giftiges Raumschiff. Ah, das ist sowas von ärgerlich. Jetzt muss ich mir mal was überlegen. Hier habe ich ja schon drei Kanonen. Das würde passen. Ich muss hier noch ein paar mehr hinbauen. Ich habe nur 28 Bauteile. Wenn jetzt hier wirklich Angreifer drin sind... Die machen mich hier fix und alle. Da gehe ich mal auf Nummer sicher. Du wisst ja was. Hier mache ich mal kurz... So, mal eben speichern. Ich weiß nicht, was mich hier erwarten wird. So, Verteidigung. Vergnügen. Raumschiff. Sicherheit. Ich hoffe, ich tue ja mal ein paar Fallen stellen. Dann tun wir noch... Am liebsten würde ich jetzt Steine herlagern. Aber das dauert mir doch zu lang. Dann tue ich mal hier noch ein paar Geschütze bauen. Kosten drei Bauteile. Ich werde die später wieder abreißen. Aber das ist mir jetzt wirklich... Zu unsicher, was jetzt hier passieren könnte. So, pass auf. Dann bauen wir hier auch noch eins hin. Das machen wir hier unten hin. Immer ein bisschen weiter weg. Wenn das nämlich in die Luft fliegt. Das heißt, explodierend gibt es eine kleine Kettenreaktion. So, dann bauen wir noch eine Wand. Eine Marmorwand. Ach, das ist eine Tür. Bin ich jetzt bei Wand? Ja, bei Wand. Okay, so, hier bitte eine Wand her. Um unsere Solaranlage zu schützen. Ja, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Gans. Falls was rauskommt, ich weiß es nicht. Aber ich nehme es mal sehr stark an. Da werden wir jetzt so unsere Kolonisten hier oben hin tun. Hier haben wir einen Löschschaumwerfer. Oha. Hm, mitten in unserer Kolonie gelandet. Da erkennen sie nichts, aber wenigstens hier an einer guten Stelle. Wenn sie jetzt hier gelandet wären, mitten auf dem Feld, ist es natürlich noch blöder. So, McPee. Da ist denn jemand Bauhandwerker. Ich sehe noch nichts auslaufen hier. Ja, oder? Was? Schnee? Schnee ist hier. Da kommen die jetzt schlafen, die alle. Auf, ich habe dann noch eine ganz andere Idee. Lassen wir das jetzt mal ja alle so in Ruhe bauen. So, das ist hier, äh, minus 15 Grad. Okay, die Kartoffeln halten sich. Das ist soweit in Ordnung. Hier ist reichlich Nahrung da. So, das ist in Arbeit, das in Arbeit, das in Arbeit, das in Arbeit, das ist alles in Arbeit. Sehen wir, dass das, weil das schon grau umrandet ist. Da holen die gerade jetzt ein Bauteil ran. Ja, wo bleiben sie denn nur? Ah, jetzt kommen sie dann langsam alle an. So, Arlina hatte gleich noch was zu essen mit. So, Geschütz aktiviert. Warme Wand her noch. So, fehlt noch das Geschütz hier oben. Wird mal jetzt von Sky benutzt. So, Schlagfallen stehen. Schneedünnen, Laufgeschwindigkeit 62. Weiß nicht, warum hier Schnee rauskommt. Stand da irgendwas von Giftgas. So. Kurz Pause drücken. So, Geschütz, 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 Geschütz. Schlagfallen, Mauer, Mauer. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind bereit für den großen Angriff. Aber, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Dann sage ich mal, seid gespannt. Bis später.